Zwei Monate kein Bürgergeld für 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, die in Geiselhaft genommen werden für 20.000 Arbeitsverweigerer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschall24.de. Hubertus Heil will die Sanktionen für Arbeitsverweigerer beim Bürgergeld deutlich erhöhen oder deutlich verschärfen. Bis zu zwei Monate soll es kein Bürgergeld für diejenigen geben, die praktisch ihre Arbeit oder Arbeitsangebote verweigern oder einfach nicht mitmachen. Ja, das hört sich ja erstmal richtig martialisch an. CDU, CSU und FDP klatschen ja jetzt schon in die Hände und freuen sich und sagen, Mensch, der Hubertus ist ja wirklich einer von uns, der zieht ja mit und geht jetzt den Bürgergeldempfängern so richtig ans Fell. Meine Damen und Herren, ich finde ein völlig irrsinniger Weg, den der SPD-Mann Hubertus Heil, ich sage es immer wieder, Ferdinand Lasalle würde sich im Grabe umdrehen, wenn er mit solchen Leuten, wenn er mit solchen eigenen Leuten zu tun hätte, der jetzt hier im Grunde genommen fast, also fast 5,5 Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, die ehrlich sind, die sich bemühen, die mitmachen, die sicherlich es auch nicht einfach haben, die wenig Geld haben, die werden jetzt hier in Geiselhaft genommen für sage und schreibe 20.000 Leute, die hier das System ausnutzen. 20.000 Mann von 5,5 Millionen, das ist eine verschwindend geringe Menge an Menschen, die praktisch das Bürgergeldsystem ausnutzen. Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen bekannt sein dürfte, dass es auch im Bereich der gesetzlichen Rente und auch im Bereich der Arbeitsförderung, also sprich im Bereich des SGB III, Arbeitslosengeld I, es auch Menschen gibt, die das System versuchen zu betrügen. Das sind mit Sicherheit im Jahr auch ein paar tausend verschwindend geringen letzten Endes, wo der Gesetzgeber hier gar nichts machen kann oder machen will. Da macht der Aufwand überhaupt keinen Sinn. Hubertus Heil will mit dieser gesamten Maßnahme 250 Millionen Euro im Jahr einsparen. Es ist absolut lächerlich, hier einen Riesenpuhal zu machen, um die 5,5 Millionen Menschen hier dafür in Geiselhaft zu nehmen. Eine Jobcenter-Chefin, und zwar die vom Hannoverischen Jobcenter, die Frau Anna Paula Büße, sagte in einem Interview zum NDR völlig sinnlose Maßnahme, die Vorschläge gehen völlig in die falsche Richtung. Sie beobachtet, dass Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger aktuell immer mehr am psychischen Problem leiden, dass sie sich unter Druck gesetzt gefühlen, dass sie gegängelt werden, dass sie sozusagen auch ausgegrenzt werden. Diese gesamte Diskussion, die hier seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wegen der verfassungswidrigen Haushaltslage hochgeploppt ist, ist ja massiv gefeuert worden von den sogenannten christlichen Parteien. Für mich sind das gar keine christlichen Parteien. CDU, CSU und auch die Freien Demokraten haben ja hier sofort losgeschossen. Und nunmehr kommt auch Hubertus Heil. Ja, und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Hubertus Heil kennt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019. Da hat das Bundesverfassungsgericht klipp und klar gesagt, dass Sanktionen nur noch maximal in Höhe bis 30 Prozent verhängt werden dürfen. Und das ist doch schon, das sind doch schon fast Totalsanktionen, wenn man das nicht will. Ist das nicht ausreichend? Ist das nicht genug? Reicht das nicht aus? Oder muss Hubertus Heil auf Druck seiner eigenen Partei oder der Ampelregierung hier so handeln? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich finde, es ist eine Schande, dass ein SPD-Minister sowas überhaupt zulässt. Aber was soll man denn von diesen Sozialdemokraten eigentlich noch erwarten? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur so viel sagen. Ich bin hochgespannt, wie der Gesetzesentwurf aussehen soll mit dem Totalentzug vom Bürgergeld. Also nochmal, 20.000 Arbeitsverweigerer nehmen 5,5 Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger in Deutschland in Geiselhaft. Das sind schon die Ärmsten in diesem Lande und die machen mit, die lassen sich nicht gehen. Die helfen und die versuchen auch Jobs zu kriegen und auch Jobs anzunehmen. Und das, finde ich, ist eine Riesenschweinerei, nur um hier letzten Endes den Bundeshaushalt zu sanieren und auch noch den Beifall von der CDU, CSU und der FDP noch einzuheimsen. Ich finde es einfach eine Katastrophe. Viele Sozialverbände, aber auch einzelne Stimmen, die ein bisschen was zu sagen haben hier in Deutschland, haben ja schon gesagt, Hubertus Heil, es ist eine Riesensauerei, was Sie hier abgelassen haben. Meine Damen und Herren, ich werde weiter zum Thema Bürgergeld-Sanktionen berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen einen rentenstarken Rutsch in das Jahr 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenmachter Peter Höppel. Die Wandierte Die Wandags